Willkommen bei Disney Junior Play Willkommen zurück Sophia die Erste eine königliche Party Sophia und ihre Freunde laden dich herzlich ein zur königlichen Party Sophia übt ihre Zaubersprüche und ich glaube sie kann dabei deine Hilfe gebrauchen Merke dir den Zauberspruch, tippe dann in derselben Reihenfolge auf die Gegenstände Sehr gut, du hast dir den Zauberspruch gemerkt Du hast einen neuen Sticker für dein Stickeralbum gewonnen Spiele eine andere Aktivität Die königliche Party fängt bald an, hilf mit den Ballsaal zu schmücken Wische über den Bildschirm, um den Ballsaal mit Sophias Magie zu verwandeln Gut gemacht, was für ein wunderschöner Ballsaal Du hast einen neuen Sticker für dein Stickeralbum Spiele noch einmal Wische über den Bildschirm, um den Ballsaal mit Sophias Magie zu verwandeln Sophia ist begeistert Einer Prinzessin würdig Gut gemacht, was für ein wunderschöner Ballsaal Du hast einen neuen Sticker für dein Sticker Spiele eine andere Aktivität Hier kannst du mit den Stickern spielen, wie du gesammelt hast Ziehe die Sticker auf die Seite Du kannst Sticker beliebig auf der Seite platzieren Bist du sicher, dass du aufhören möchtest? Sammle weitere Sticker, indem du mehr Spiele und Aktivitäten spielst Hilf Sophia und ihren Tierfreunden, sich für die königliche Tee-Party zurecht zu machen Tippe auf die Tee-Party-Gegenstände, um sie für Sophia auszuwählen Sophia wird begeistert sein Perfekt für eine Tee-Party Bist du sicher, dass du aufhören möchtest? Gestalte ein besonderes Diadem für Sophia Ziehe die Edelsteine auf das Diadem, um es nach Belieben zu gestalten Sophia wird begeistert sein Sehr gut gemacht! Sophia liebt ihr neues Diadem Du hast einen neuen Sticker für dein Stickeralbum gewonnen Spiele eine andere Aktivität Die Zeit sind alle wspól-2-2-3-4-4-5-4-5-4-5-5-3-4-5-5-6-1-z Die Zeit ist nicht, Drei Schraubende! Hier sind diese Zeit, nachdem die Augen berlin! Untertitelung des ZDF, 2020